Schenke Schatten Willkommen Willkommen an Bord von Gravity Gravity Aber jetzt Es tut unserer Maschine Uns den Elementen Vollkommen Ausgeliefert Vollkommen Ausgeliefert Von nun an Gibt es kein Zurück mehr Wir So verdügt Amun amun Und macht euch Freit Jetzt geht's So Na da da immer alles Hey 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 20 Meter nach oben Macht euch bereit Ihr habt es gewollt Fertig Alles bereit Jetzt geht's Alles noch füt Alles noch füt Ihr seid alle so geil Alles noch füt Alles noch füt Ich will alle Hände sehen Alle die Hände nach oben Ich will alle Hände sehen Ihr seid alle so geil Alles noch füt 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 Erste Phase abgeschlossen Gravity wartet auf weitere Instruktionen Sehr schön Es hat bis jetzt alles funktioniert Gut 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 Dann können wir jetzt in die Die allerletzte All umfassende Phase einsteigen Ich hoffe Ihr seid alle bereit Für den ultimativen Sprung In die Antikavitation Der Syr ein riesen Spaß Hier ist nur noch schnell den Code eingeben Moment X 3 7 X Z Moment Bestätigen Code X 3 5 7 X Z Bestätigen Einleitung der Antikavitationsphase Maximal Eintritt zu 20 Meter Rotationsgeschwindigkeit Gründer Jetzt geht's auf Jetzt geht's auf Gehre Vity Wir halten Oh Schade Ach bitteschön Ihr Reiset in neue Runde Wir halten wieder Keine Handys, keine Schlüssel und keine Portemonnaies zur Fahrt mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.